Was? Autonomes Fahren? Frei? Ich glaube, ich habe es. Ich habe den Monitor angeschaut, also den im Auto geschaut, in der App geschaut und tatsächlich, es ist so, alle Funktionen sind freigeschaltet. Super. Was allerdings seltsam ist, weil ich nichts bestellt habe. Ich habe weiter recherchiert und festgestellt, Tesla hat mir das autonome Fahren geschenkt. Nun gut, nicht ganz, aber schau selbst. Unglaublich, oder? Du kriegst, wenn du in den letzten drei Tagen des Jahres 2020 einen neuen Tesla geholt hast, was bei mir der Fall ist, dann kriegst du für drei Monate autonomes Fahren einfach so dazu. Welcher Autohersteller bitte macht sowas? Wer macht sowas? Ich finde das total geil. Ich konnte es noch nicht probieren, weil ich muss erst Winterreifen draufpacken und dann geht es aber ab. Und dann werden wir alles durchtesten und ich werde es euch sicherlich berichten. Ich werde es doch nicht probieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017